Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin Sarah und zusammen schauen wir uns heute die deutschsprachige Literatur um 19.100 an. Viel Spaß beim Video. Dabei wollen wir uns zunächst einen groben Überblick verschaffen und anschließend gehen wir konkret auf den Realismus, den Naturalismus, den Expressionismus und die Moderne ein. Natürlich schauen wir da nicht nur auf die verschiedenen Charakteristika der jeweiligen Epoche, sondern auch auf die wichtigsten Autoren, die für dein Abitur relevant sind. Los geht's. Die deutsche Literatur um 1900 stand im Zeichen tiefgreifender Umbrüche, die sowohl die Form als auch den Inhalt literarischer Werke betrafen. Diese Periode markiert den Übergang von der Epoche des Realismus und Naturalismus hin zu moderneren Strömungen wie der Jahrhundertwende, dem Expressionismus und der beginnenden Moderne. Im späten 19. Jahrhundert war die Literatur zunächst stark vom Naturalismus geprägt, der sich durch eine detailgetreue, ungeschönte Darstellung der Realität auszeichnete. Autoren wie Gerhard Hauptmann in seinen Dramen Vor Sonnenaufgang 1889 und Die Weber 1892 zeigten soziale Missstände und das Leben der unteren Gesellschaftsschichten. Um die Jahrhundertwende entstand jedoch eine Gegenbewegung zum Naturalismus, die als Neuromantik oder Symbolismus bekannt wurde. Diese Strömung wandte sich von der direkten Darstellung der Realität ab und strebte nach einer tieferen, oft mystischen oder spirituellen Bedeutungsebene. Die Literatur dieser Zeit charakterisierte sich durch eine Hinwendung zum Subjektiven, zum Traumhaften und Unbewussten. Hugo von Hofmannsthal und Rainer Maria Rilke sind repräsentative Vertreter dieser Zeit, deren Werke durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Sprache und einer Suche nach neuen Ausdrucksformen gekennzeichnet sind. Ein entscheidender Umbruch in der Literatur um 1900 war die Ablösung traditioneller Erzählformen durch innovative literarische Techniken. Autoren begannen, mit Erzählperspektiven zu experimentieren und nutzten die innere Monolog-Technik, um die Gedanken und Gefühle ihrer Charaktere unmittelbarer darzustellen. Ein Beispiel hierfür ist Arthur Schnitzler, dessen Erzählung Leutnant Gustl, 1900, ausschließlich aus dem inneren Monolog des Protagonisten besteht und als einer der ersten Texte in der deutschen Literatur gilt, der diese Technik verwendet. Die Zeit um 1900 war auch geprägt von einem wachsenden Interesse an psychologischen und philosophischen Fragen. Die Literatur begann, die Komplexität der menschlichen Psyche und die Ambivalenz der modernen Existenz zu erkunden. Friedrich Nietzsche, dessen Werke Ende des 19. Jahrhunderts breite Anerkennung fanden, hatte einen enormen Einfluss auf die literarische Welt mit seiner Kritik traditioneller Werte und seiner Betonung des Individuums und seiner inneren Erlebniswelt. Der Beginn des 20. Jahrhunderts brachte weitere Innovationen in der literarischen Form und Technik. Der Expressionismus, der etwa von 1910 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs andauerte, spiegelte die gesellschaftliche Unsicherheit und die Erfahrung der Entfremdung wider. In expressionistischen Werken, wie denen von Georg Trakel, Franz Kafka oder Ernst Toller, wird oft eine verzerrte, groteske Realität dargestellt, die die inneren Konflikte und Ängste der Charaktere widerspiegelt. Die deutsche Literatur um 1900 war somit eine Phase des intensiven Umbruchs und der Neuorientierung. Sie spiegelt die tiefgreifenden Veränderungen und die zunehmende Komplexität der Gesellschaft am Beginn der Moderne wider. Diese Periode markiert den Übergang von konventionellen literarischen Formen zu experimentellen und innovativen Techniken, die die Vielschichtigkeit der menschlichen Erfahrung und die Brüche in der modernen Welt ausdrücken. Die Literatur dieser Zeit öffnete neue Wege des Denkens und der Darstellung, die die Grundlage für die weitere Entwicklung der modernen Literatur legten. Diese innovative Dynamik der Literatur um 1900 wurde auch durch die sozialen und politischen Veränderungen in Deutschland beeinflusst. Die Industrialisierung, Urbanisierung und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Umwälzungen fanden ihren Niederschlag in der Literatur, die sich mit Themen wie Entfremdung, Identitätskrise und Kulturpessimismus auseinandersetzte. Der Aufbruch in die Moderne war auch durch eine zunehmende Internationalisierung der literarischen Welt gekennzeichnet. Deutsche Autoren waren stark beeinflusst von Strömungen und Werken aus dem Ausland, was zu einer intensiven Auseinandersetzung mit fremden Kulturen und neuen literarischen Techniken führte. So spiegelten sich in der deutschen Literatur um 1900 Einflüsse des französischen Symbolismus, des britischen Ästhetizismus und der skandinavischen Literaturideer. Die literarische Landschaft um 1900 war zudem von einer Vielzahl literarischer Zeitschriften und Verlage geprägt, die als Plattformen für den Austausch von Ideen und Werken dienten. Zeitschriften wie Die Zukunft oder Simplicissimus spielten eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung neuer literarischer Strömungen und boten Autoren ein Forum für die Präsentation ihrer Werke. Auch die Frauenliteratur erfuhr um 1900 eine bemerkenswerte Entwicklung. Autorinnen wie Hedwig Dohm, Lou Andreas Salomé und Ricarda Huch traten hervor und thematisierten in ihren Werken die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Geschlechterbeziehungen und die Suche nach weiblicher Identität. Ihre Texte trugen dazu bei, die patriarchalischen Strukturen der Zeit in Frage zu stellen und die Diskussion über Geschlechterrollen und Emancipation voranzutreiben. Ein weiterer Umbruch in der Literatur um 1900 war die Abkehr von traditionellen Gattungsgrenzen. Die Überschneidung von Lyrik, Prosa und Drama führte zu hybriden Formen, die die Vielfältigkeit menschlicher Erfahrungen besser einfangen sollten. Diese Entwicklung mündete in Werken, die nicht mehr einer einzigen literarischen Form zuzuordnen waren, sondern verschiedene Gattungen miteinander verschmolzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Literatur um 1900 von einer tiefgreifenden Transformation geprägt war. Diese Periode war gekennzeichnet durch den Übergang von traditionellen zu modernen literarischen Formen und Techniken, durch die Erforschung neuer thematischer Horizonte und durch eine zunehmende Reflexion über Sprache und Erzählweise. Die Literatur dieser Zeit reagierte auf die sich wandelnden sozialen, politischen und kulturellen Bedingungen und spielte eine wesentliche Rolle bei der Formung des modernen literarischen Bewusstseins in Deutschland. Bevor wir gleich weitermachen, kommen wir ganz kurz zu ein wenig Werbung in eigener Sache. Doch wir glauben hier vor allem daran, dass wir euch mit diesen Produkten helfen können. Unser Lernheft beschäftigt sich mit den wichtigsten Themen rund um die deutschsprachige Literatur mit allem, was ihr fürs Abitur benötigt. Insgesamt mehr als 20 Seiten helfen dir dabei, dich vorzubereiten. Dafür gibt es Texte mit Erklärungen, eine ausführliche Übersicht über die wichtigsten Begriffe und verschiedene Aufgaben und Lösungen. Außerdem, ihr bekommt 20% mit dem Code WELCOME. Geht jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und checkt das Heft aus. Jetzt geht es aber auch schon weiter mit dem Video. Gehen wir nun zum Realismus weiter. Der Realismus in der deutschsprachigen Literatur, der sich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Jahrhunderts erstreckte, war eine Antwort auf die gesellschaftlichen Umwälzungen und die sich verändernden kulturellen Landschaften dieser Zeit. Der Realismus suchte eine treue, ungeschminkte Darstellung der Wirklichkeit, wobei der Fokus auf alltäglichen Ereignissen, sozialen Bedingungen und detaillierten Charakterstudien lag. Die realistische Bewegung in der deutschsprachigen Literatur entstand als Reaktion auf die vorherrschenden Romantik und den Idealismus, die durch ihre Betonung von Emotion, Individualismus und einer Flucht in die Welt der Fantasie gekennzeichnet waren. Im Gegensatz dazu strebte der Realismus danach, das Leben so darzustellen, wie es wirklich ist, ohne es zu idealisieren oder zu dramatisieren. Dies bedeutete eine Konzentration auf das Gewöhnliche, das Alltägliche und das Typische der menschlichen Erfahrung. Die Anfänge des Realismus in der deutschsprachigen Literatur können auf die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts zurückgeführt werden, obwohl seine Hauptphase in die 50er bis 70er Jahre fällt. In diesem Zeitraum erlebte die deutschsprachige Welt eine Reihe von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, einschließlich der Industrialisierung, der Urbanisierung und der politischen Umwälzungen der Revolution von 1848. Diese Ereignisse wirkten sich stark auf das literarische Schaffen aus und führten zu einer Literatur, die sich mit den realen Bedingungen und Problemen der Zeit auseinandersetzte. Zentrale Themen des Realismus waren die Darstellung des Bürgertums, des Landlebens, der sozialen Fragen und der psychologischen Tiefe der Charaktere. Die realistischen Schriftsteller bemühten sich um eine objektive Darstellung ihrer Themen und nutzten detaillierte Beschreibungen, um eine authentische Atmosphäre zu schaffen. Sie verzichteten auf die übertriebene Emotionalität und die dramatischen Plots der Romantik und des Biedermeiers Zugunsten einer Nüchternähen und oft kritischen Betraktung der gesellschaftlichen Realität. Zu den prominenten Vertretern des Realismus in der deutschsprachigen Literatur zählt Theodor Fontane, der oft als der bedeutendste deutsche realistische Erzähler angesehen wird. In seinen Romanen wie Effi Briest oder Der Stechlin zeichnet Fontane ein detailliertes Bild der preußischen Gesellschaft und ihrer Wertesysteme. Seine Werke zeichnen sich durch psychologische Tiefe, soziale Kritik und eine subtile Ironie aus. Fontane legt in seinen Romanen besonderen Wert auf die Darstellung der Charaktere und ihrer inneren Konflikte, wodurch er die Komplexität menschlicher Beziehungen hervorhebt. Ein weiterer bedeutender Autor des Realismus ist Gottfried Keller, dessen Werk Der grüne Heinrich als eines der Schlüsselwerke der realistischen Literatur gilt. Kellers Romane und Novellen zeichnen sich durch eine genaue Beobachtung des Alltagslebens, eine tiefgründige Charakterzeichnung und eine humorvolle, bisweilen satirische Darstellung der menschlichen Natur aus. In Österreich trug Adalbert Stifter mit Werken wie Der Nachsommer und Bergkristall zur Entwicklung des Realismus bei. Stifters Werke zeichnen sich durch eine detaillierte und nuancierte Darstellung der Natur und des ländlichen Lebens aus. Seine sorgfältige und beschreibende Schreibweise spiegelt eine tiefe Achtung vor der natürlichen Ordnung und den moralischen Werten wider. Der Realismus in der deutschsprachigen Literatur war nicht nur auf die Darstellung der äußeren Realität beschränkt, sondern interessierte sich auch zunehmend für die innere Welt der Charaktere. Dies führte zur Entwicklung des psychologischen Realismus, der versuchte, die Gedanken gefüh, Le und Motivationen der Figuren tiefgreifend zu erforschen. Diese Hinwendung zur inneren Welt der Charaktere ermöglichte eine komplexere und differenziertere Darstellung der menschlichen Natur. Trotz der Betonung der Wirklichkeitsnähe unterschied sich der Realismus in der deutschsprachigen Literatur von der späteren Strömung des Naturalismus. Während der Naturalismus eine wissenschaftlich exakte, oft deterministische Sicht auf die menschliche Existenz vertrat, bewahrte der Realismus einen gewissen künstlerischen Spielraum, der es ermöglichte, die Realität zu interpretieren und zu gestalten, anstatt sie nur mechanisch abzubilden. Der Realismus beeinflusste nicht nur die Prosa, sondern auch die Lyrik und das Drama. Im Bereich des Dramas brachte der Realismus Werke hervor, die sich mit sozialen Konflikten und moralischen Dilemmata auseinandersetzten, ein Beispiel hierfür ist das Schaffen von Gerhard Hauptmann, dessen Dramen wie die Weber und vor Sonnenaufgang soziale Ungerechtigkeit und die Kluft zwischen den Klassen thematisieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Realismus in der deutschsprachigen Literatur eine wichtige kulturelle Bewegung war, die eine realistische, unverstellte Darstellung der Welt anstrebte. Durch die genaue Beobachtung des alltäglichen Lebens, die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und die psychologische Tiefe der Charakterzeichnung trug der Realismus zu einem tieferen Verständnis der menschlichen Existenz und ihrer Bedingungen bei. Er bildet somit einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur, der den Weg für spätere literarische Entwicklungen ebnete. Jetzt wollen wir uns den Naturalismus anschauen. Der Naturalismus, eine literarische Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts in der deutschsprachigen Literatur ihren Höhepunkt erreichte, zeichnete sich durch eine detailgetreue, ungeschönte Darstellung der Wirklichkeit aus. Diese Epoche, die ungefähr von 1880 bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts andauerte, war bestrebt, die Natur und das menschliche Leben so genau und wissenschaftlich wie möglich zu beschreiben, oft mit einem Fokus auf die sozialen Bedingungen der Zeit. Der Naturalismus entstand als Reaktion auf die idealisierten Darstellungen der Romantik und des Biedermeier. Er war stark beeinflusst von den wissenschaftlichen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts, insbesondere von den Theorien Darwins über die Evolution und von den sozialen Theorien von Karl Marx und Friedrich Engels. Diese wissenschaftlichen Einflüsse führten zu einem literarischen Ansatz, der versuchte, die Realität so präzise wie möglich abzubilden, oft mit einem kritischen Blick auf die sozialen Missstände und Ungleichheiten der Zeit. Einer der wichtigsten Vertreter des Naturalismus in der deutschsprachigen Literatur war Gerhard Hauptmann. Sein Drama Die Weber aus dem Jahr 1849 ist ein Paradebeispiel für die naturalistische Methode. In diesem Werk schildert Hauptmann das Elend und den Aufstand der schlesischen Weber gegen die repressiven und ausbeuterischen Bedingungen in der Textilindustrie. Die Darstellung der Charaktere und ihrer Lebensumstände erfolgt mit großer Detailtreue und sozialer Genauigkeit, wodurch Hauptmann die Aufmerksamkeit auf die Klassenkonflikte seiner Zeit lenkt. Ein weiteres Kennzeichen des Naturalismus ist die Verwendung der Dialekte und der Umgangssprache, um Authentizität zu vermitteln und die soziale Herkunft der Charaktere zu unterstreichen. In Die Weber verwendet Hauptmann beispielsweise den schlesischen Dialekt, um die Lebenswelt der Weber realistisch darzustellen und eine direkte Verbindung zum Publikum herzustellen. Der Naturalismus beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Darstellung sozialer Ungerechtigkeiten. Autoren wie Arno Holz und Johannes Schlaf experimentierten mit literarischen Techniken, um eine Sekundenstildarstellung zu erreichen, die die Realität in ihrer flüchtigen, momentanen Erscheinung einfangen sollte. Ihr gemeinsames Werk Papa Hamlet aus dem Jahr 1889 ist ein gutes Beispiel für diese Technik, bei der kleine, alltägliche Ereignisse in einer fast mikroskopischen Detailgenauigkeit beschrieben werden, um den flüchtigen Charakter des Lebens und der menschlichen Wahrnehmung zu erfassen. Die Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft und deren deterministische Weltanschauung führte im Naturalismus zu einer Darstellung des Menschen als Produkt seiner Umwelt und Vererbung. Diese Sichtweise manifestiert sich in der Überzeugung, dass das menschliche Schicksal vorbestimmt und durch äußere Bedingungen wie soziale Herkunft, Umgebung und biologische Veranlagung bestimmt ist. Die Charaktere in naturalistischen Werken sind oft gefangen in den Netzwerken sozialer und ökonomischer Zwänge, die ihre Handlungsfähigkeit begrenzen und sie zu Marionetten der gesellschaftlichen Kräfte machen. Neben dem sozialen Realismus und Determinismus beschäftigte sich der Naturalismus auch mit den Themen Krankheit, Tod und Sexualität, die zuvor oft tabuisiert oder idealisiert wurden. Die ungeschönte Darstellung dieser Themen stieß in der zeitgenössischen Gesellschaft oft auf Widerstand und Kritik, da sie die konventionellen moralischen und ästhetischen Normen herausforderte. Trotz seiner Bedeutung und seines Einflusses war der Naturalismus auch Gegenstand von Kritik und Kontroversen. Kritiker warfen den Naturalisten vor, dass ihre Kunst zu pessimistisch, zu politisch und zu sehr auf die negativen Aspekte des Lebens fokussiert sei. Zudem wurde argumentiert, dass die strenge Nachahmung der Realität künstlerische Kreativität und Imagination einschränke. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts begann der Einfluss des Naturalismus nachzulassen und neue literarische Strömungen wie der Symbolismus und der Expressionismus gewannen an Bedeutung. Diese neuen Bewegungen wandten sich von der strengen Realitätsnachahmung des Naturalismus ab und strebten stattdessen nach einer tieferen, oft subjektiven und symbolischen Darstellung der Wirklichkeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Naturalismus in der deutschsprachigen Literatur eine Epoche war, die sich durch ihre strengen Prinzipien der Realitätsdarstellung, ihre soziale und politische Ausrichtung und ihre Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Theorien der Zeit auszeichnete. Obwohl der Naturalismus als literarische Bewegung nur für einen relativ kurzen Zeitraum dominant war, hatte er einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Literatur und trug dazu bei, die Grundlagen für moderne, literarische Techniken und Themen zu legen. Lasst uns nun den Expressionismus anschauen. Der Expressionismus in der deutschsprachigen Literatur war eine kulturelle und literarische Bewegung, die zwischen 1910 und 1920 ihren Höhepunkt erreichte. Diese Epoche war von tiefgreifenden sozialen, politischen und künstlerischen Umwälzungen geprägt. Der Expressionismus strebte nach einer Erneuerung der Kunst und Literatur, indem er traditionelle Formen ablehnte und nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchte, um die innere Wirklichkeit, Emotionen und die subjektive Sicht auf die Welt zu erfassen. Die expressionistische Bewegung in der deutschsprachigen Literatur zeichnet sich durch ihre radikale Ablehnung des Naturalismus und des Impressionismus aus. Während der Naturalismus versuchte, die Wirklichkeit so präzise und detailliert wie möglich darzustellen und der Impressionismus die flüchtigen Eindrücke der äußeren Welt einfing, zielte der Expressionismus darauf ab, die innere Erfahrung, Emotionen und die psychologische Realität zu offenbaren. Die expressionistischen Autoren konzentrierten sich auf die Darstellung von Krisenzuständen, seelischen Verwerfungen und dem Gefühl der Entfremdung in der modernen Welt. In der expressionistischen Literatur werden oft Themen wie Angst, Verzweiflung, Tod, Rebellion gegen gesellschaftliche Konventionen und die Suche nach einem neuen Sinn in einer als feindlich und sinnentleert empfundenen Welt behandelt. Die Sprache ist geprägt von einer intensiven, oft verstörenden Bildlichkeit, metaphorischen Verdichtungen und einem dynamischen, rhythmischen Stil. Der Einsatz von Symbolen und die Tendenz zur Abstraktion sind ebenfalls charakteristische Merkmale dieser literarischen Bewegung. Einer der herausragenden Vertreter des Expressionismus in der deutschsprachigen Literatur war Georg Trakel. Seine Gedichte sind berühmt für ihre düstere Stimmung, ihre symbolisch aufgeladenen Bilder und die Darstellung von Verfall und Tod. Trakels Werk, wie etwa der Gedichtband Sebastian im Traum, spiegelt die charakteristische, expressionistische Thematik der Zerrissenheit und des inneren Leids wider. Ein weiterer bedeutender expressionistischer Autor war Franz Kafka, dessen Werke, obwohl sie oft als eigenständig betrachtet werden, viele Merkmale des Expressionismus aufweisen. Kafkas Erzählungen und Romane, darunter die Verwandlung und der Prozess, zeichnen sich durch ihre Erforschung der Absurdität des menschlichen Daseins, der existenziellen Angst und der Entfremdung aus. Seine Verwendung von grotesken Szenarien und allegorischen Elementen dient dazu, die tiefgreifenden Ängste und Konflikte der modernen Gesellschaft zu beleuchten. Gottfried Benn, ein weiterer zentraler Figur des literarischen Expressionismus, verbannt in seiner Lyrik und Prosa intensiv emotionale Themen mit einer starken Tendenz zu einer düsteren, oft morbiden Bildsprache. Bens Gedichte wie jene aus dem Band Morge und andere Gedichte reflektieren die Obsessionen des Expressionismus mit Tod und Vergänglichkeit und zeigen eine kühne Abkehr von traditionellen ästhetischen Normen. Der Expressionismus beeinflusste auch das Drama, wobei Autoren wie Ernst Toller und Georg Kaiser die Bühne nutzten, um ihre Kritik an der Gesellschaft und ihren Visionen einer erneuerten Menschheit Ausdruck zu verleihen. Tollers Die Wandlung und Kaisers Von morgens bis mitternachts sind beispielhaft für das Expressionistische Drama, in dem die Sprache oft einem emotionalen und visionären Gestus weicht, der auf eine unmittelbare Wirkung beim Publikum abzielt. Die Expressionistische Bewegung war nicht nur auf Lyrik und Drama beschränkt, sondern umfasste auch Prosa. Alfred Döblin, insbesondere mit seinem Roman Berlin Alexanderplatz, illustrierte die Expressionistische Technik in der Erzählliteratur durch eine fragmentarische und schnelle Montagedeh. Schnick, die darauf abzielte, die Dynamik und den Rhythmus der Großstadt einzufangen. Diese narrative Technik spiegelt die Zersplitterung und das Tempo des modernen Lebens wieder und bricht mit traditionellen Erzählstrukturen. Die deutschsprachige Expressionistische Literatur war tief in den sozialen und politischen Umwälzungen ihrer Zeit verwurzelt. Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, die politischen Unruhen und die tiefgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft fanden in den Werken der expressionistischen Autoren ihren Niederschlag. Viele Expressionisten waren politisch engagiert und sahen in der Kunst ein Mittel zur sozialen und kulturellen Erneuerung. Trotz seiner kurzen Blütezeit hatte der Expressionismus einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur und Kunst. Die Expressionistische Bewegung öffnete den Weg für spätere literarische Entwicklungen, darunter die neue Sachlichkeit und die Literatur des Exils und hinterließ ein Erbe, das in der intensiven Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz, der Sprache und der Form seinen Ausdruck fand. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Expressionismus in der deutschsprachigen Literatur eine Epoche des experimentellen und innovativen Schaffens war, die die tiefen Verunsicherungen und das Ringen um neue Ausdrucksformen in einer Zeit des Umbruchs widerspiegelte. Die expressionistischen Autoren brachen mit konventionellen literarischen Traditionen und Schufenwerke, die bis heute für ihre Intensität, ihre bildliche Kraft und ihre Fähigkeit, die Komplexität der menschlichen Psyche und die Herausforderungen der modernen Welt zu erfassen, bewundert werden. Starten wir nun mit der Moderne. Die Moderne in der deutschsprachigen Literatur, ein Phänomen, das sich über das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert erstreckt, markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie Literatur verstanden, geschrieben und wahrgenommen wurde. Dieser Zeitraum war geprägt von rapiden technologischen, sozialen und kulturellen Veränderungen, die die literarische Landschaft nachhaltig beeinflussten und zu einer Vielfalt von Stilen und Formen führten. Die Wurzeln der Moderne in der deutschsprachigen Literatur können bis in das späte 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden, als die literarische Welt begann, sich von den traditionellen Erzählweisen des Realismus und Naturalismus zu lösen. Diese Verschiebung spiegelte eine tiefere Veränderung in der Gesellschaft und in der Art und Weise wie der, wie Menschen die Welt und ihre eigene Existenz darin wahrnahmen. Die Moderne war nicht nur eine literarische Bewegung, sondern auch eine Antwort auf die Erfahrungen der Modernisierung einschließlich der Industrialisierung, Urbanisierung und der wissenschaftlichen Fortschritte, die die menschliche Erfahrung grundlegend veränderten. Die Literatur der Moderne zeichnet sich durch eine Abkehr von linearen Erzählstrukturen und eine Hinwendung zu Fragmentierung und subjektiver Perspektive aus. Charakteristisch für diese Zeit ist der Bruch mit konventionellen Formen und Inhalten sowie ein Experimentieren mit neuen literarischen Techniken und Stilen. Autoren wie Franz Kafka, Thomas Mann und Rainer Maria Rilke prägten die literarische Szene und erforschten in ihren Werken die Komplexität und Ambiguität der menschlichen Existenz. Franz Kafka, einer der prominentesten Vertreter der literarischen Moderne, illustrierte in seinen Werken wie die Verwandlung oder der Prozess, die Absurdität und die Entfremdung des modernen Lebens. Seine Erzählungen, oft gekennzeichnet durch kafkaeske Situationen, in denen Individuen mit unverständlichen und illogischen bürokratischen Systemen konfrontiert werden, reflektieren die Unsicherheiten und Ängste der modernen Existenz. Thomas Mann wiederum, dessen Werk Der Zauberberg, als eine der Schlüsseltexte der modernen Literatur gilt, nutzte die Form des Romans, um tiefgreifende philosophische und kulturelle Fragen zu erörtern. In Der Zauberberg werden Zeit und Raum auf komplexe Weise dargestellt, um die relative Natur der Wahrnehmung und die tiefen Schichten der menschlichen Psyche zu erkunden. Rainer Maria Rilke, dessen Lyrik oft als Höhepunkt der poetischen Modernität angesehen wird, strebte in seinen Duneser Elegien und Sonetten an Orpheus nach einer neuen Sprache und Symbolik, um die tieferen Schichten der menschlichen Erfahrung und des Bewusstseins auszudrücken. Rilkes Werke zeichnen sich durch eine intensive Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen, einer Suche nach Transzendenz und einer tiefen Betrachtung der menschlichen Isolation und des Leidens aus. Neben diesen zentralen Figuren war die Moderne in der deutschsprachigen Literatur auch durch eine Reihe von literarischen Bewegungen gekennzeichnet, darunter der Expressionismus, die neue Sachlichkeit und der Surrealismus. Der Expressionismus, der Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam, war geprägt von einem Verlangen, die innere Welt der Emotionen und Gedanken auszudrücken, oft durch die Verzerrung der äußeren Realität, um emotionale Wahrheiten und psychologische Zustände darzustellen. Autoren wie Georg Trakel und Else Lasker-Schüler verwendeten in ihrer Lyrik intensive Bilder und Symbolik, um ihre subjektive Wahrnehmung der Welt auszudrücken. Die neue Sachlichkeit, die in den 20er Jahren als Reaktion auf den Expressionismus entstand, strebte nach einer nüchternen, unverfälschten Darstellung der Realität, um die sozialen und politischen Probleme der Zeit anzusprechen. Schriftsteller wie Erich Maria Remarque, dessen Roman Im Westen nichts Neues, die Schrecken des Ersten Weltkriegs ungeschönt darstellt, verkörperten diesen literarischen Ansatz. Der Surrealismus, der in der deutschsprachigen Literatur weniger verbreitet war als in der französischen, beeinflusste dennoch Autoren wie Alfred Döblin, dessen Roman Berlin Alexanderplatz durch seine innovative narrative Struktur und seine Vermischung von Realität und Traumwelten auffällt. Die Moderne in der deutschsprachigen Literatur war auch eine Zeit, in der Frauen als Schriftstellerinnen zunehmend sichtbar wurden. Autorinnen wie Else Lasker-Schüler, Franziska zu Reventlow und Alma Mahler-Werfeu trugen zur literarischen Moderne bei und thematisierten in ihren Werken die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Geschlechterdynamiken und persönliche Freiheit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Moderne in der deutschsprachigen Literatur eine Periode des tiefgreifenden Wandels und der Vielfalt war. Sie spiegelt die Komplexität und die Unsicherheiten der modernen Welt wieder und zeigt die Bereitschaft, der Schriftsteller, traditionelle Literarische Formen und Inhalte zu hinterfragen und zu erneuern, die Werke dieser Zetzen gekennzeichnet durch ihre experimentellen Techniken, ihre thematische Tiefe und ihre Fähigkeit, die menschliche Erfahrung in all ihrer Widersprüchlichkeit und Vielschichtigkeit zu erfassen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine besondere Empfehlung aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem spannenden Thema beschäftigen möchtest, empfehle ich dir unser umfassendes Lernheft zur deutschsprachigen Literatur um 1900. Denn, auch wenn es viele nicht mögen, ist das Thema auch sehr relevant fürs Abi. Mit detaillierten Analysen, Hintergrundinformationen und Übungen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse an der deutschsprachigen Literatur um 1900. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.